Von Anfang an kommt es aufs Detail an. In Hänixen, in der Nähe von Hannover, entsteht vom Angebot bis zum Verpacken an einem Ort Ihre neue Arbeitswelt. Wir fertigen Laboreinrichtungen aus Stahl, damit Ihr Labor Ihnen viele Jahre erhalten bleibt. Stahl ist nicht nur beständig und nachhaltig, sondern auch resistent und leicht zu reinigen. Präzises Handwerk und modernste Technik lassen Möbelelemente und Laborabzüge nach Ihren Wünschen entstehen. Die Feinheiten zählen und jeder Handgriff muss sitzen. Dafür bringen wir mehr als 75 Jahre Erfahrung mit. Wir gestalten Ihren Arbeitsalltag sicher und möchten, dass Sie sich rundum wohlfühlen. Deshalb achten wir auf höchste Standards bei unseren Oberflächen und bieten Ihnen ein unverwechselbares Design. Wir montieren alle Elemente so weit wie möglich vor und prüfen sorgfältig, dass Sie beste Köttermann-Qualität erhalten. Professionell verpackt geht es zu Ihnen für Ihr neues Labor, damit Sie sicher und komfortabel arbeiten können. Köttermann – Ihr Wunschlabor